Heute in diesem Video. Ja, passiert. Meine Damen und Herren, das ist gerade ein Video. Also ich mache ein Haushaltsbuch, also ich führe ein Haushaltsbuch, so rum. Und ja, darum habe ich mir alle Kanzel auf, dass ich reinschreiben kann, der Betrag so, ne? Ja, also, eh, FloFail. Also, ich, ähm, wie soll ich sagen, meine Kumpel und ich wollen einkaufen, beim Kaufland, so. Dann habe ich meinen Kassenzettel mitgenommen, er wollte nicht mitnehmen, er hat gesagt, er hat das liegen und ich soll auch ein Höhne nehmen und nehmen ihn mit. Keine Ahnung, warum ich seinen Kassenzettel mitnehme, ist aber egal. Dann sind wir vorbeigelaufen an der Bussfallstille, war mit einem, dachte ich, okay, jetzt werfe ich einen Kassenzettel doch. Ich bin doch weg vom Kumpel, brauche ich ja nicht. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe aus Versehen meinen weggeworfen als als seinen. Ja, ganz dumm gewesen, hab ich... Ich hab ihn halt nicht drauf gewischt, weil der auch nicht mehr... Der hat ja kaum Bescheid drauf. Hab ja jetzt meinen weggeworfen. Ja, passiert. Danke für die Zukunft. Ciao. ARD Text im Auftrag von Funk